Schneeweißchen und Rosenrot Ein Märchenfilm in Farben nach dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm. Mit diesem Speer hier kämpfe ich gegen alle Bären. Nicht wahr, mein Lieber? Hilfe! 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 Eine Freude für alle, Kinder und ihre Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel. So lass doch endlich die Spur los, du elender Fisch! Willst du mich wirklich ersäufen? Du wirst mich ins Wasser reißen! Lass mich los! Lass mich doch los! Aufgenommen in dem Prachtschloss Ludwigs II. Neuschwanstein. Sie sehen den neuen Schonga-Film Schneeweißchen und Rosenrot demnächst in diesem Theater. Sie sehen den nächsten Mal. Sprecher Captioncellus Die Nächste war's. und das war's. Vielen Dank.